Hallo und herzlich Willkommen. Mein Name ist Nico Rittenau und im heutigen Video sprechen wir über den fünften von insgesamt zehn Tipps zum Thema der gesunden veganen Ernährungsweise. Alle zehn Tipps stammen aus dem Vegan-Klischee-Di-Kochbuch gemeinsam mit meinem Kollegen Sebastian Kubin. Das Vegan-Klischee-Di-Kochbuch, wie der Name schon suggeriert, ist zwar in erster Linie ein Kochbuch, aber es hat auch mehr als 80 Seiten praxisrelevante Ernährungstheorie. Der Theorie-Teil beinhaltet neben dem veganen Ernährungsteller samt einer Übersicht der fünf Hauptlebensmittelkategorien, auch das Kapitel zur Warenkunde aus Ernährungswissenschaftler Sicht zu den Themen Ölen, Essigen, Würz- und Süßungsmittel und auch ein Kapitel mit jenen zehn Tipps für eine gesunde und alltagstaugliche vegane Ernährung, mit denen ich versucht habe, die Quintessenz der Ernährungswissenschaft in Bezug auf die vegane Ernährungsweise zusammenzufassen, damit man leicht verständlich sich gesund im Alltag vegan ernähren kann. In den letzten Wochen gingen bereits die ersten vier der insgesamt zehn Tipps online. Wenn man diese Videos noch nicht gesehen hat, dann sehr gerne die zum Einstieg noch ansehen. Im heutigen fünften der zehn Tipps mit dem Titel die Mineralstoffabsorption optimieren, geht es darum sicherzustellen, dass man im Rahmen einer gesunden veganen Ernährungsweise nicht nur quantitativ ausreichende Mengen an Mineralstoffen aufnimmt, sondern auch für eine ausreichend gute Bioverfügbarkeit dieser Nährstoffe sorgt. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung nennt in ihrem Positionspapier zum Thema der veganen Ernährungsweise insgesamt fünf Mineralstoffe, die potenziell kritisch im Rahmen einer rein veganen Ernährungsweise sein können. Diese Mineralstoffe lauten Eisen, Kalzium, Zink, Jod und Selen. Zu allen fünf dieser Mineralstoffe haben wir in der Vergangenheit bereits mehrere Videos gemacht, von daher, wenn man mehr zu diesen Nährstoffen erfahren möchte, sehr gerne diese Videos angucken. Wie gut ein Individuum also mit Mineralstoffen versorgt ist, hängt natürlich zum einen davon ab, ob über die Nahrung genügend Mineralstoffe zugeführt werden, aber mindestens genauso wichtig ist es, dass man die Mineralstoffe dann im Körper auch gut aufnimmt. Im Rahmen der veganen Ernährungsweise ist es deswegen von so großer Bedeutung, weil die Absorption mancher Mineralstoffe wie Eisen, Zink und Kalzium durch Stoffe wie die Phytinsäure und Polyphenole gehemmt werden können. Phytinsäure aus vollwertigen pflanzlichen Lebensmitteln wie Vollkorngetreide, Hülsenfrüchten, Nüssen und Samen kann dabei die Aufnahme hemmen, ebenso auch gewisse Polyphenole aus Getränken wie Kräutertee, Kaffee und Kakao. Es gibt allerdings Küchentechniken zur Reduzierung der Phytinsäure sowie eine Reihe an aufnahmefördernden Stoffen, die diese inhibierende Wirkung der Phytinsäure kompensieren können. Um keine Absorptionshemmung durch polyphenolreiche Getränke zu erfahren, ist es wichtig, dass man mindestens eine Stunde bevor man mineralstoffreiche Lebensmittel zu sie nimmt, keine dieser polyphenolreichen Getränke mehr zu sie nimmt und zumindest ein bis besser noch zwei Stunden nach einer mineralstoffreichen Mahlzeit keine polyphenolhaltigen Getränke trinkt. Außerdem darf auch nicht vergessen werden, dass sowohl die Phytinsäure als auch Polyphenole neben ihrer absorptionsmindernden Eigenschaften auch eine Reihe an positiven Effekten mitbringen. Die Phytinsäure weist beispielsweise antikancerogene, antioxidative, immunmodulierende und blutzuckerregulierende Wirkungen auf. Auch Polyphenole müssen im Licht ihrer vielfältig gesundheitlich zuträglichen, antioxidativen und entzündungshemmenden Eigenschaften betrachtet werden. In ärmeren Ländern mit schlechter Mineralstoff und insgesamt schlechter Kalorienversorgung kann natürlich der Effekt, dass die Phytinsäure die Mineralstoffaufnahme hemmt, zum Ängeln beitragen, aber im Rahmen einer ausgewogenen, veganen westlichen Ernährung ist das hierzulande von sehr geringer Bedeutung. Wenn man dennoch den Gehalt der Phytinsäure reduzieren möchte, stehen wie gesagt viele Küchentechniken wie das Einweichen, das Keimen und Fermentieren sowie jede Art des Erhitzens zur Verfügung. Besonders effektiv sind diese Methoden in Kombination. So konnte beispielsweise durch zwölfstündiges Einweichen über Nacht und anschließendes Kochen die Phytinsäure-Konzentration in Hülsenfrüchten etwa um die Hälfte reduziert werden. Bei der Brotherstellung mit Sauerteig konnte außerdem beispielsweise eine Reduktion der Phytinsäure um bis zu 70 Prozent erreicht werden. Bei längerfristigem höheren Verzehr an Lebensmitteln mit hohem Phytinsäuregehalt kann außerdem bis zu einem gewissen Grad eine kompensatorische Anpassung des Körpers stattfinden, die durch eine Veränderung in der Zusammensetzung des Mikrobioms erklärt werden könnte, die den Abbau von Phytinsäure durch Bakterien im Verdauungstrakt begünstigt. Die beiden potenziellen kritischen Mineralstoffe Selen und Jod weisen insgesamt eine sehr gute, hohe Bioverfügbarkeit auch aus pflanzlichen Lebensmitteln auf, ebenso auch aus Nahrungsergänzungsmitteln und deshalb müssen wir sie im Rahmen der Absorptionssteigerung in diesem Tipp nicht separat besprechen. Bei ihnen ist allerdings die quantitative Zufuhr oft nicht in ausreichendem Maße sichergestellt, weshalb darauf ein besonderer Fokus gelegt werden sollte. Zwar liefern Algen und Paranüsse große Mengen an beiden Spurenelementen, aber beide Lebensmittel weisen sehr große Schwankungsbreiten in ihrem Gehalt auf, wie ich auch in den beiden Videos zu den beiden Lebensmitteln erkläre. Da in vielen veganen Ernährungsweisen eine ausreichende Zufuhr mit Jod und Selen nicht immer gewährleistet werden kann, ist es durchaus sinnvoll, zusammen mit anderen Nährstoffen diese im Rahmen einer gut geplanten veganen Kost zu supplementieren, entweder als Einzelpräparate oder, wenn man es einfach haben möchte, im Rahmen eines gut zusammengestellten Multinährstoffpräparats. Darüber sprechen wir im Detail dann in Tipp 10 zum Thema keine Angst vor Nahrungsergänzungsmitteln. In Bezug auf die anderen Mineralstoffe, also Eisen, Zink und Calcium, ist es allerdings wichtig, gewisse aufnahmefördernde Stoffe zu inkludieren, weil diese drei Mineralstoffe sehr anfällig sowohl für aufnahmehemmende, aber eben auch offen für aufnahmefördernde Stoffe sind und deswegen sollten wir hier in den Fokus setzen. In Bezug auf die Eisenaufnahme steht eine große Auswahl an absorptionsfördernden Maßnahmen zur Verfügung. Dazu zählen Vitamin C, Protein, organische Säuren, Beta-Carotin und schwefelhaltige Substanzen. Im Detail habe ich über alle aufnahmefördernden Stoffe in unserem YouTube-Video zum Thema So optimiert man die Eisenabsorption bei veganer Ernährung gesprochen und wir zeigen jetzt noch einmal zusammenfassend einen Teil aus diesem Video. In einer Untersuchung konnte eine Gabe von etwas mehr als 60 Milligramm Vitamin C die Eisenaufnahme der Probanden beinahe verdreifachen. Das entspricht einer Menge von ungefähr 50 Gramm Paprika, wo so viel Vitamin C drinsteckt. In Bezug auf die aufnahmefördernde Wirkung durch Vitamin C ist es dem Körper übrigens vollkommen egal, ob das Vitamin C aus einem Lebensmittel oder aus einem Nahrungsergänzungsmittel stammt. Und auch wenn Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin C dieselbe positive Wirkung in Bezug auf die Absorptionssteigerung bei Eisenhaben lautet die Empfehlung natürlich trotzdem ganz klar, dass wir die Vitamin C Zufuhr weitestgehend oder ausschließlich über Lebensmittel sicherstellen sollten. Weil es dabei ja nicht nur um das Vitamin C, sondern auch um die Vielzahl an sekunderen Pflanzenstoffen, Ballaststoffen und vielen weiteren Mikronährstoffen aus diesen vollwertigen Lebensmitteln geht, die natürlich in einer Vitamin C-Bille zur Gänze fehlen. Abseits von Vitamin C gibt es aber auch noch weitere Stoffe, die die Eisenaufnahme verbessern können. Und eine davon ist die Gruppe der sogenannten organischen Säuren. Dazu zählen unter anderem die Zitronensäure, die finden wir in Obst wie Himbeeren, Kiwis, Erdbeeren, Orangen und Gemüsen wie Tomaten und Paprika. Wir kennen die Apfelsäure in Nahrungsmitteln wie Rhabarber, Aprikosen, Kirschen, Pflaumen, Brombeeren, Heidelbeeren und weiteren und die sogenannte Milfsäure aus fermentierten Lebensmitteln wie Sauerkraut, Sojajoghurt, Kimchi und weiteren. Auch die Verwendung von Sojasauce anstatt Salz kann die Aufnahme von Eisen erhöhen, denn durch die Fermentation der Sojasauce entstehen ebenfalls organische Säuren, die aufnahmefördernd wirken. Als sehr effektiv in der Steigerung der Eisenaufnahme hat sich darüber hinaus der sekundäre Pflanzenstoff namens Beta-Carotin erwiesen, der je nach Zufuhlmenge die Eisenaufnahme verdoppeln bzw. verdreifachen kann und den hemmenden Effekt von absorptionshemmenden Stoffen kompensieren kann. Gute Quellen für Beta-Carotin sind unter anderem Süßkartoffeln, Karotten, Grünkohl und weitere Lebensmittel. Als vierte Gruppe an aufnahmefördernden Stoffen stehen uns darüber hinaus noch sogenannte schwefelhaltige Substanzen zur Verfügung, wie man sie in Zwiebelgewächsen wie dem Lauch, dem Knoblauch, den Frühlingszwiebeln, Zwiebeln und Schnittlauch findet. Was in diesem Videoausschnitt noch fehlte und deswegen noch ergänzt wird, ist das Nahrungsprotein. Sowohl tierisches als auch pflanzliches Protein wirkt nämlich ebenfalls fördernd auf die Eisenabsorption. Kalzium profitiert hingegen nicht von den exakt selben aufnahmefördernden Stoffen wie Eisen. Beim Kalzium sind es vor allem Vitamin D, Protein, Präbiotika und organische Säuren, welche die Absorption verbessern können. Auch zum Thema der optimierten Kalziumabsorption haben wir ein eigenes Video auf YouTube mit dem Titel So optimiert man die Kalziumabsorption bei veganer Ernährung und auch hier die Quintessenz aus diesem Video nachfolgend in einem Ausschnitt. Der vermutlich wichtigste Stoff unter den Aufnahmefördern von Kalzium ist das Vitamin D, das die Kalziumabsorption verbessern kann. Darüber hinaus helfen auch gewisse organische Säuren wie die Zitronensäure in Zitrusfrüchten und Paprika oder die Apfelsäure in Äpfeln und Aprikosen, denn diese können die Kalziumaufnahme ebenfalls erhöhen. Ob Vitamin C wie beim Eisen die Kalziumabsorption wirklich begünstigen kann, ist fraglich, da manche Untersuchungen das zwar gezeigt haben, andere wiederum es verneinen. Auch wenn kalziumreiche vegane Lebensmittel wie Pflanzenmilchprodukte fermentiert werden, wie man es beispielsweise bei den Sojajoghurts kennt, kann durch die Auswahl der richtigen Joghurtkulturen grundsätzlich die Kalziumabsorption noch weiter verbessert werden. Auch die gleichzeitige Zufuhr von gewissen präbiotisch wirkenden Ballaststoffen wie zum Beispiel Inulin aus Lauch, Spargel, Zwiebel, Weizen, Knoblauch, Chicory und weiteren zeigt eine fördernde Wirkung auf die Kalziumabsorptionsrate. Wie beim Eisen auch wirkt es beim Kalzium ebenso Nahrungsproteinaufnahme fördernd und damit am Ende positiv auf die Knochengesundheit. Dieser Umstand ist besonders interessant, weil man selbst in der Wissenschaft Jahre und Jahrzehnte davon ausging, dass eine steigende Nahrungsproteinzufuhr schlecht für den Knochen wäre, weil man gesehen hat, je mehr Protein, vor allem tierisches Protein, aber generell Protein man zu sich nimmt, desto mehr Kalzium scheidet man über den Urin aus und man hat die Sorge, dass damit Protein negativ auf den Knochen wirkt. Das ist mittlerweile widerlegt und von daher würde ich auch dazu raten, dass man in der veganen Bewegung nicht mehr das Argument bemüht, dass beispielsweise Milch mehr Kalzium aus den Knochen löst, als es überhaupt zuführt. Auch bei Zink wirken Nahrungsprotein, organische Säuren und schwefelhaltige Substanzen aufnahmefördernd. Auch diese Stoffe werden im Detail in unserem Video, so optimiert man die Zinkabsorption bei veganer Ernährung besprochen und nachfolgend ein kurzer Ausschnitt daraus. Wie beim Eisen und anderen Stoffen wirkt aber wie gesagt Protein fördernd. In der Vergangenheit wurde da vor allem tierisches Protein untersucht, heutzutage wissen wir aber, dass es weniger um die Quelle geht, also tierisches oder pflanzliches Protein, sondern vielmehr um gewisse Aminosäuren, die hier aufnahmefördernd wirken. Dazu zählen Aminosäuren wie Histidin, Methionin und Zystein. Der große Vorteil an der veganen Ernährung ist, dass viele gute Zinklieferanten wie Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte gleichzeitig auch sehr gute Proteinlieferanten sind und zum Teil auch gute Mengen von diesen verschiedenen Aminosäuren, die aufnahmefördernd sind, beinhalten. Bei den organischen Säuren wissen wir, dass unter anderem die Zitronensäure, die Apfelsäure und viele weitere organische Säuren in Obst aufnahmefördernd auf Zink wirken, außerdem auch schwefelhaltige Substanzen, die findet man in der Gruppe der Zwiebelgewächse. Zu den Zwiebelgewächsen zählen Schnittlauch, Knoblauch, Zwiebeln und viele weitere. Bei allen drei Mineralstoffen wirken darüber hinaus Küchentechniken wie Keimen, Fermentieren und jede Art des Erhitzens indirekt absorptionsfördernd, weil sie, wie schon kurz gesagt, mehr oder weniger stark ausgeprägt die Phytinsäurekonstellation im Lebensmittel als mineralstoffhemmenden Stoff reduzieren. Das war es mit unserem Video zum Tipp Nummer 5, Mineralstoffabsorption optimieren. In den kommenden Wochen werden noch die weiteren fünf der zehn Tipps veröffentlicht und wenn man bis dahin noch mehr zum Thema der veganen Ernährungsweise erfahren möchte, kann man das sehr gerne im Vegan Klischee des Sachbuch und in Vegan Klischee des Kochbuch gemeinsam mit Sebastian Kobin tun. Wenn man Gefallen an den Büchern gefunden hat, wäre es großartig, wenn man eine kurze Bewertung zum Buch auf Amazon, auf Goodreads oder im Thalia Onlineshop abgeben könnte. Weitere Informationen zum Thema der veganen Ernährungsweise gibt es im Online-Kurs der Nutrition Masterclass mit Sebastian Kobin und live in meinem vier Tages Ernährungsseminar Mehr Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden durch Pflanzenernährung in Berlin. Wie gewohnt erscheint jede Woche ein neues Kochvideo bei Sebastian auf YouTube und ein neues Ernährungsvideo am Mittwoch um 16 Uhr hier auf unserem YouTube-Kanal. Von daher, wenn man die noch nicht abonniert hat, sehr gerne das nachholen und die Benachrichtung auch aktivieren. Das war es für dieses Video. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video sehen und wünsche bis dahin alles Gute und beste Gesundheit. Bis zum nächsten Mal.